Hi Leute, weiter geht's hier mit den Superhero Girls und wir waren stehen geblieben bei der Hauptmission. Wir müssen nach Hobbs Bay und wir können da hinten eine Quest abgeben. Ach ja, wegen den Heldensymbolen, Schurken-Symbolen, aber da habe ich jetzt gar Bock hinzurennen. Hobbs Bay müssen wir, denn wir haben ja herausgefunden, dass der Truck vom letzten Mal durchgedreht ist. Dass der hierher stammen soll. Hier soll diese Tierfutterfirma sein. Ah ja, den können wir auch noch mal kurz besuchen. Das haben wir auch gemacht. Naja. Hobbs Wohnhaus. Wir kriegen dafür halt echt nur diese Bauprojekte. Das ist ein bisschen... Klar, nur 100% machen will, logisch. Müssen wir das mitnehmen. Was, du hier? Grrr, wie ätzend. Ich lasse wieder mal in Ruhe. Hi. Hey, hast du den Truck gesehen? Äh. Oh, das ist er. Das ist mein Lastwagen. Er wurde letzte Nacht von merkwürdigen Spielsachen gestohlen. Habt ihr letzte Nacht von merkwürdigen Spielsachen gestohlen? Habt ihr gesagt, dass es wahrscheinlich eine Verbindung mit den Villagen gibt? Aber warte mal. Hat Poison Ivy nicht den Truck nicht helfen? Hm, wenn das so ist, hätten wir besser hören, was die Villagen haben zu sagen. Du meinst, zu sprechen mit den Villagen? Es gibt keine Art, dass das funktioniert. Gaaaaah! Oh oh. Ah! Das Wunsch! Giganta! Einige Minuten zuvor. Zero points? I said I can't be part of the Hobbs Bay project without a better test score. Ugh, why? Why do test scores have to be the thing that decides what I can do? Aaaaaah! Giganta! Why is she acting like that? If we don't hurry, those buildings could be destroyed. Let's try to lure her somewhere with a bit more room. Girls, look! That Navibot's helping the people who hadn't escaped. We need to draw away Giganta's attention so that the Navibot isn't attacked. Right! We've got to protect the people who've escaped. Let's go! Let's go! Let's go! Can we do anything else do? Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Mh, doof. Äh, was? Hahaha. Völlig verklickt. Locker Giganta zum Platz. 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 Let's go! Oh Gott! Ein bisschen konzentrieren gerade jetzt. Kommt schon! Ein bisschen konzentrieren. Das war echt nicht einfach jetzt. Besiege Giganta. Oh, das ist ein richtiger Bosskampf. Das Giant gar nicht nur die Angelegenheit. Aus meiner Weg! Giganta! Wie können Sie das tun zu den Plänen? Geh das! Poison Ivy? Aber du bist ein Willen! Es geht nicht. Ich mache alles für Plans. Das ist alles? Wenn das so ist, wir nehmen alle Hilfe. Das ist alles, was wir bekommen haben. Das ist alles, was wir bekommen. Ich bin auf meine NERVES! 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 So, Volltreffer! Wir müssen die also in die Mitte eigentlich hüpfen lassen. So ist es gedacht, okay? Ich wünsche mir den Bosskampf überhaupt gewinnen. Ich habe die gar nicht getroffen, warum denn das? Ich bin zu hoch, scheiße. Ich möchte nicht mehr fliegen, deswegen. Ich bin zu hoch, scheiße. Und ich bin manchmal einfach auf der gelandet, was natürlich auch schlecht ist, aber... Ey, Damage hat die schon gut ausgeteilt. Oh, die Batgirl besiegt, weil die nicht dabei ist. Ups. Nicht so gut gelaufen, vielleicht. 80% hätte er wirklich... Ja, sorry. Und das Blind Mast, du musst erst mal raffen, wie du die überhaupt zu dir lockst. Also das wäre echt gut gemacht. All in the nick of time. Es ist noch nicht vorbei. Someone muss die Begriffe für die Begriffe. Halt es gleich da, Poison Ivy. Also, Gigantilost? Oh, was ein Piddy. Hahaha. Supervillains. Gute Zeitung. Ich möchte dir alles fragen, was ich alle von dir fragen möchte. Soll das Töten- und Demobot-Incident. Habt ihr nichts mit dem zu tun? Hä? Nicht eine Chance. Töten sind für Kinder. Es ist nicht so gut, wie wir sie benutzen können. Okay, Frage ist es vorbei. Wunderschöne Zeitung. Wunderschöne Zeitung. Wunderschöne Zeitung. Wunderschöne Zeitung. Wunderschöne Zeitung. Wunderschöne Zeitung. Ich habe es bis heute Morgen gekauft, meinen Limit-Edition-Komik zu kaufen. Ich habe es vergessen! Okay, insofern Lois hat eine neue Kampagne begonnen. Hey Mädchen! Willst du den Navibot sehen? Just seeing Diana yesterday, I was thinking, I should do my best to be brave, too. And so, I stayed up all night making this gadget. It accesses the Navibot security and using a special protocol for smartphone alert data, it... Wait, slow down. What are you saying? She's saying that if we install this gadget on the Navibot, it can warn us when there's trouble. Oh, really? That is amazing, Karen! Right? Okay, let's go check out that Navibot. Bleistift, Rock, Rot. Tja, Leute, aber was da ist erwartet beim Navibot, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und da bist du was, du könntest eine Sache noch ganz schnell machen. Oh, jetzt ist ja was Neues. Ja, wir sollen aber noch Geld bezahlen... Ja, hier, nimm noch mal 10.000. Na, dann hast du jetzt hier mit einen großen Dienst erwiesen. Scheiße, was hast du noch so? Kara, hast du eine Minute? Ja, was geht's, Jessica? Well, I've been volunteering at a daycare service for working parents. But we've been overwhelmed with requests and there's just not enough of us. Okay, and? And you're not busy, are you? Could you help out our Old City team? Oh, so sorry, I have stuff to do. Oh, don't say that, please. The kids are so cute. Please. BUDDY! Pff, pff, pff... ...noo... ...hehehehe... Gurgh, okay, I'll help just this once. Spricht mit dem Mann an den Docks in Old City. Ja, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zubeisein, vielen Dank fürs Einschalten! Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, der hat mir sehr helfen, mich sehr freuen. Ansonsten macht es nicht gut, macht es besser und bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel, ciao.